Ich bin Anita Farke und spreche die Exoda Blog News. Das Phänomen der Kaltfront und ihre Auswirkungen auf das Wetter. Extremwetterphänomene, zunehmende Bedrohung durch den Klimawandel. In den letzten Jahren haben Extremwetterereignisse in alarmierender Frequenz zugenommen. Hochwasser und Hitzewellen sorgen weltweit für Chaos und Zerstörung, während Experten warnen, dass die Lage sich wahrscheinlich weiter verschärfen wird. Nach Studien von renommierten Klimaschutzinstitutionen wird der Klimawandel als Hauptursache für diese alarmierende Entwicklung angesehen. Quelle IPCC 22. Dürrere Perioden, Hitzewellen sowie Starkregen und Orkanereignisse sind aufgrund des Klimawandels wahrscheinlicher und intensiver geworden. Die dadurch verursachten Schäden summieren sich Jahr für Jahr und belasten sowohl die Wirtschaft als auch das soziale Gefüge betroffener Gebiete immens. Quelle Deutsches Klimakonsortium 2023. Dieser beängstigende Trend ist weltweit zu beobachten. Laut Weltklimarat werden solche Extreme in den kommenden Jahrzehnten voraussichtlich weiter zunehmen. Auch wenn einzelne Wetterereignisse nicht direkt auf den Klimawandel zurückzuführen sind, erhöhen sie doch die Wahrscheinlichkeit für solche Ereignisse. Quelle IPCC 2023. Angesichts dieser Prognose ist die Notwendigkeit, das Tempo und die Intensität der Maßnahmen zur Klimaanpassung zu erhöhen, von entscheidender Bedeutung. Klimaschutz und Anpassung sind nicht mehr nur ökologische, sondern auch soziale, ökonomische und politische Imperative geworden. Dies betrifft sowohl Industrienationen als auch Entwicklungsländer, die besonders von den Auswirkungen betroffen sind. Quelle UNFCCC 2020. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Welt vor einer immensen Herausforderung steht. Extremwetterereignisse sind ein ernstes Warnsignal und erfordern dringend ein gemeinsames und entschiedenes Handeln aller Länder. Angesichts der dramatischen Entwicklungen kann die Dringlichkeit, Maßnahmen gegen den Klimawandel zu ergreifen, nicht hoch genug betont werden. Anita Farke, Montag, 15. April 2024. Danke fürs Zuhören. Denk immer an eine möglichst nette Bewertung, um uns zu unterstützen.